Der Preisalarm des Tages. Ja, weiter geht's mit unserem Preisalarm des Tages. Und da haben wir heute was, was in aller Munde ist, nämlich mit einem Solarpanel und Dynamo-Funktion. Und das Ganze ist ein Kofferradio. Finde ich richtig praktisch. Da braucht man einfach nur die Sonnenenergie oder man erkurbelt sich den Strom einfach selber. Ist momentan ja richtig beliebt. Und das heute zu einem richtig guten Preis. Ja, also das ist ein absolutes Hammerprodukt. Ein Bestseller aus unserem Programm. Ein sich selbst versorgenes Radio, bei dem mir wirklich niemals der Strom ausgeht. Hier sehen wir es. Wir haben übrigens auch zwei verschiedene Wellen. Und zwar also UKW und FM und ein Akku. Und dieser Akku, wenn der vollgeladen ist, und das ist der Normalbetrieb, lädt man hier ganz einfach auf. Und hat dann 20 Stunden Beleuchtung oder 16 Stunden Musikgenuss. Aber da muss noch nicht Schluss sein, denn, und das hat Monika gerade erwähnt, das ist ja ein Selbstversorger, wenn der Akku einmal voll ist, wird bei Tageslicht der Akku nachgeladen durch dieses großzügige Solarpanel. Und jetzt kommen wir aber zu dem, was jeder schon mal gehört hat, ein Kurbelradio. Was eben so stark nachgefragt ist, wenn jetzt alle Stricke reißen, also die Sonne scheint nicht richtig, der Akku ist schon lange leer, nirgendwo gibt es mehr eine Steckdose, dann können Sie mit dieser Kurbel Notstrom praktisch erkurbeln. Und zwar jetzt nicht wie beim Auto oder beim Fahrrad, Entschuldigung, solange ich kurbel, brennt zum Beispiel das Licht, sondern ganz einfach eine Minute heißt 15 Minuten Musik oder Licht. Und das ist eben ganz, ganz enorm. Und da kann wirklich passieren, was will, Monika, du hast auf jeden Fall noch die Informationsquelle Radio, welches laut Expertenmeinung übrigens das Medium sein sollte, wenn mal die Welt zusammenbricht, was als allerletztes noch funktioniert. Das heißt, die letzte Informationsquelle. Aber so ist es auch ein schönes Werkstatt, Küchen, Baggersee-Radio, Schwimmbadradio, hat nicht viel Gewicht, hat einen tollen Klang und eben die Sendervielfalt von UKW und Mittelwelle, sodass Sie Ihren Lieblingssender auch überall bekommen können. Ja, das ist einfach richtig clever, wenn man das zu Hause hat, egal ob jetzt im Notfall. Vielleicht haben Sie auch solche Ratgebersendungen in der letzten Zeit mal gehört. Da sagen ja viele Experten auch, es ist gut, wenn man so einen Selbstversorger zu Hause hat. Hiermit haben Sie dann natürlich noch die Information und die Lichtquelle. Finde ich auch richtig klasse, aber natürlich auch für die schönen Dinge. Jetzt, wenn man es einfach mit rausnehmen möchte in den Garten. Du hast es gesagt, vielleicht möchte man ein bisschen am Fahrrad rumbasteln, am Auto, in der Werkstatt. Auch da möchte man ja nicht auf die Musik verzichten. Oh, was haben wir denn da? Du hörst gerade, eine SOS-Funktion. Ich mach's mal wieder aus. Wenn man auf sich aufmerksam machen will, die ist ebenfalls noch integriert. Also das wäre auch wieder im absoluten Notfall, dass man durch diese schrille Sirene hier auf sich aufmerksam machen kann. Jetzt müssen wir natürlich über den Preis sprechen. Unverwindliche Preisempfehlung liegt hier bei 50 Euro und wir haben es heute. Und das gilt wirklich nur heute. Ein Kurbelradio, ein Selbstversorger, Mittelwelle, UKW, SOS-Funktion und einen Strahler. Und das für 22,50 Euro. Das heißt für alle, die das noch auf ihrer Agenda haben, was brauche ich noch alles für Notfälle? Die sollten jetzt zugreifen, weil bei einem bin ich mir auch wieder sicher, günstiger kann es nicht mehr werden. Ja, sichern Sie sich jetzt den TV-Sonderpreis von nur 22,50 Euro. Das macht auch noch richtig Spaß, hier selber den Strom quasi zu erkurbeln. Oder Sie nehmen einfach das praktische Solarpanel und lassen die Sonnenenergie hier für sich arbeiten. Da müssen Sie nie wieder auf Informationen und auf Ihre Lieblingsmusik verzichten. Sieht, finde ich, auch optisch noch richtig schön aus. Das hat hier noch so ein Handgelenksgurt, damit Sie das einfach auch mitnehmen können. Finde ich richtig super, natürlich mit der Taschenlampe. Und das will ich noch ganz kurz eine Option nennen, weil Notstrom für Ihr Handy können Sie im absoluten Notfall hier über diese USB-Schnittstelle auch noch erkurbeln. Also auch da wird das Handy niemals leer werden. Man kann wenigstens noch so viel Strom erzeugen, dass eben ein Telefonat noch geführt werden kann oder was immer man eben mit dem Handy noch machen will. Ja, es ist der Preis-Alarm des Tages, haben wir schon erwähnt. Deshalb müssen Sie hier richtig schnell sein. Und ich nenne Ihnen auch gerne einmal die Bestellnummer für unser Solar- und Dynamo-Kofferradio. Das ist die ZX 3273 und die 569 hier heute zum TV-Sonderpreis von nur 22,50 Euro. Also am besten direkt zum Hörer greifen, denn die Nachfrage ist immer sehr, sehr groß. Dieser Preis gilt nur heute und das ist einfach wirklich richtig clever und praktisch, das zu Hause zu haben. Und dann wünschen wir Ihnen ganz, ganz viel Spaß mit unserem Preis-Alarm des Tages.